Hey YouTube, was geht? TG7 ist wieder back am Start für euch. Diesmal mit einer Duel Nuke, zusammen mit dem lieben Winkup. Wir haben uns der schwierigsten Aufgabe so in Warzone gestellt. Auf jeden Fall war das eine Resurgence Nuke. Die Nuke ist auf Rebirth Island entstanden und nicht auf Orsikstan. Ziemlich, ziemlich wildes Ende. Ihr wollt mir nicht glauben, was da passiert ist. Gönnt euch auf jeden Fall das Gameplay. Lasst gerne ein Kommentar, Abo oder Like für den Algorithmus da. Viel Spaß! Ich hab gelesen, ich fühl ihn nicht. Ich fick doch meinen Kopf. Doch, es kommen welche mit. Genau auf den Auftrag. Nooo, der ist weg. Unten, der hat einer. Zwei oben, die sind gut, pass auf. Einer ist not. Die hat keinen Selfless, der hat keinen Selfless. Wird doch gepusht von dem anderen jetzt, wenn man einen Finish bekommen. Dein Moskito drunter hat ich eigentlich. Ich setze mich jetzt auch hoch. Brake, war nie einer. Der ist runter gesprungen. Wir fahren auch noch ein Reiner. Okay, ich hab den einen nicht gefunden bei mir. Das sind die guten bei mir. Ich probiere den zu nennen. Ziplein hinter uns. Ziplein Sheepreak. Sonst verlieren wir 30 Sekunden. Ich bin klar, komm schon, komm schon. Ich hab mich nicht. Naa, 3 guys. Fuck me down. Der snipe, der snipe. Torwart, der snipe. Was machst du so? Hab mich, hab mich, hab mich, hab mich. Die runter zu uns, Sheepreak. Nein, ich hab mich nicht in den Schrauben. Er hat meinen Namen geschrien. Pais, Pais. Kann auch mobile Beise sein, also wenn wir da irgendwie Prison Home drauf kommen, wäre glaube ich ganz gut. Oh Dirk, ich kriegst du den herzlichen Fair Raid, Bro. Dankeschön, es geht raus, man. Danke dir, ich hätte gerne lieber lassen. Es leben echt nicht mehr viele Leute. Das Geekteam wahrscheinlich noch und dann... Ah ja. Kann landen da jetzt wieder rein? Ich bedanke mich gleich ordentlich, kurz in der Runde ein bisschen schützig. Ich bedanke mich gleich ordentlich. Danke Dankeschön, man. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich hoffe das ist ein cooles Film, Bruder. Danke dir. Hör mal hier Radar. Oh wie! Schön drunter. Er ist ganz nach unten. Einer ist hier unten gelandet, spiel für den. Ja. Ich geh wieder hoch. Ist ganz unten. Ja, der oben schaut glaube ich auf dich. Der bei mir. Ist oben bei dir, oben bei dir. Fire sail. Geil. Okay, ich geh kaufen jetzt, oder? Einfach nur Platten? Ja, ja, einfach nur Platten, einfach nur Platten. Eier, ehrlich, danke für deinen Raid, Bruder. Dankeschön, aber gerade mitten in der Newgrunde, ja. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich bin am durchs, babe. Ja, ja, ich auch. Zwei Minuten noch. Eine Minute jetzt. Ja, okay, fertig. Ja, okay, fertig. Zehn Sekunden, das ist fein. Resurgence window is ending. Watch your six. Oh, ohne, ohne Sniper obendrauf. Wenn du zu mir kommst. Oh, ohne Sniper obendrauf. Okay, okay, ich bin auf meinem Weg. Zeithelement, musst du das annehmen? Ja, nein? Ah, ja, musst du mitnehmen. Okay, dann mach ich ganz kurz. Okay, es kommt jetzt runter. Zeigen wir, wen du hast. Ah, got it. Ah, unten drinnen bei mir. Oh, ich bin, ich bin, ich bin tot. Ich bin tot. Weggemacht, du wohnen, dude. Digga, wir sind deutsch. Hier, hier, hier. Ich weiss, nimm das Element mit. Ah, ja, ja. Hab ich. Da schreit weggemacht, du Hurensohn. Das hab ich auch gehört, das hab ich auch gehört. Das war auch der eine, der mich erkannt hat, der meinen Namen geschrien hat. Also sein Team-Mate war das. Was machen wir jetzt? Soll ich weiterkaufen, oder was? Ja, wenn du Geld hast, unbedingt. Um auf dem Dach, um auf dem Dach, aufpassen. Mörser eingeknallt. Cheap break einer mit Mörser. Das sind die wieder. Okay, das waren die Deutschen. Hab ich nochmal Platten gekauft. Ja, jetzt hab ich halt gar kein Geld mehr, ne? Naja, jetzt um den Kissen öffnen, wenn wir Geld finden und die Zeit runter geht von den Kissen und dem Geld. Okay. Bei dir sollt noch ganz viel sein. Ja, wir sind okay, ne? Okay, dann komm ich. Dann loot du woanders und ich fighte die Gegner, oder? Ja, ja. Einer ist unten, der ist nicht gut. Und der andere ist oben rechts. Einer ist oben rechts, der bei mir, meine Höhe. Da hinten irgendwo und der andere ist hier unten. We break. Hopp. Geht jetzt weg von denen. Ich verhör den und... Wir planen beiden, damit den runter geht die Zeit. Ah ja, mach, mach. Oh, so viel Geld. Wow. Nein, die sind Gegner. No, Winnie. Wieder Platten gekauft? Same. Aber ein bisschen was brauchen wir noch. Alles von wo? Innen hier. In Zeit. Schaut mich an. Bitte nicht poschen. Immer noch da drinnen. Okay, das letzte Element kommt gleich auf uns gejobbt. Okay. Das müssen wir dann einnehmen, dann geht der Timer, glaube ich, aus. Und dann haben wir Zeit, um das Ding zu blenden. Okay, okay. Hutz. All squad members are in the safe zone. Kannst du das mitnehmen? Ich werde es mitnehmen können, ja. Ich muss halt runter droppen, so schnell es geht. Ich werde freundlich gesnipe. Ich habe einen Flare rein, theoretisch. Okay. Ich flan. Okay, ja, hab alle drei Sachen jetzt. Okay, es ist jetzt schon zu spät, weil der Timer geht weiter irgendwie. Wait for Bombside reveal. Bombside reveal. Oh, nice. Okay. Oh mein Gott. So, was würde ich sagen, ja. Ist halt ein Toru oben, no? Oh mein Gott. Ich bin 1-shot. Und jetzt hat sie auf mich. Warte ich flänkte, ich flänkte. Du fährst aber nur einen évidemment zukillen, ja? Ja, ja, ja. auch ein bisschen weak. Also ist es du? Okay, okay. Ich renne, ich renne. Hier ist eine Gasmaske. Mein Ding hat dich gedammt oder was? Du kannst dich auf mich schwillen. Wer geht da jetzt für? Ich schick doch mal hin. Ja, die Gasmaske dann. Ich hab ne Gas, du. Ich renne, ich renne. Ich renne, wow. Ich kann's helfen, ich kann's helfen. Oh Gott. Siehst ein bisschen an immer. Nein! Oh mein Gott! Fabio! Ich hör ihn irgendwo bei dir. Ja. Der hinten wird halt nix sein. Er kommt von hinten, er kommt von hinten, er kommt von hinten. Was wenn ich ihn locke? Was wäre das Helfer? Er hat Self, er hat Self, er hat Self. Er hat Self. Ich hab keinen Self leider, ich hab keinen Self. Was mach ich jetzt? Ähm, ihn resen lassen, I guess. Wir müssen halt, wir müssen die Bombe durchbekommen. Ja, ich muss ihn halt töten, ne? Ja, du darfst ihn halt nicht töten, ne? Bro. Er kommt, er kommt, du musst ihn töten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wendy! Juh, ich blei! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Ouch. Oh mein Gott! Oh, dass die Welt passiert. Oh mein Gott! Oh mein Gott!